Pünktlich zu Ostern hat auch Volkswagen seinen neuen Hasen präsentiert, den Golf Rabbit 45, benannt nach seinem Alter. Und das wohl bekannteste Kuscheltier am Automobilmarkt bringt, wie in den vorangegangenen Golf-Generationen auch, seine bewährten Tugenden und Qualitäten mit. Kompakte Größe, sparsame Motoren und eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung. Seit seiner Premiere Ende der 70er Jahre steht der Golf mit dem Hasen am Heck für ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Name Rabbit entstand damals in Österreich eigentlich aus einer Verlegenheit, wegen Problemen bei Motorenlieferungen. Nach langem Hin und Her haben wir uns des Nächsten hingesetzt und irgendwann einmal ist die Idee gekommen, wir nennen dieses Auto Rabbit, so wie der Golf in den USA. Die Händler waren anfangs skeptisch. Die haben ein bisschen gezweifelt, haben geglaubt, na, was heißt das, Rapid oder was ist, oder Rabatt oder so. Der Erfolg gab den Managern aber recht. Das war die erfolgreichste Werbekampagne, die wir mit dem Golf in Österreich hatten. Da steht er nun, der Hase von Volkswagen, 45 Jahre später in seiner Neuauflage. Das Design wirkt modern, mit scharfen Kanten, schwarzen Elementen an Front und Heck, die Scheinwerfer dem Zeitgeist entsprechend im schlanken LED-Design. Das modernisierte Golf-Logo ziert die Heckklappe, darunter verbirgt sich ein Kofferraum, der jetzt nicht für eine Urlaubsfahrt mit einer Großfamilie gedacht ist, aber für den Alltag mehr als ausreicht, auch durch seine Varianten. Das Interieur basiert auf der Ausstattungslinie live mit Serienelementen wie digitales Cockpit, Multifunktionslenkrad, Applikationen in Chrom, edlen Materialien bei den Sitzen, Klimatronic oder das große Display in der Mitte. Sicherheitsfeatures wie Spurhalteassistent, Kollisionswarnung oder Müdigkeitserkennung sind ebenfalls an Bord. Darüber hinaus verfügt der Golf Rabbit 45 serienmäßig über das Unlimited-Paket, in dem die beliebtesten Ausstattungsfeatures gebündelt sind, wie zum Beispiel abgedunkelte Seitenscheiben, Licht- und Sichtpaket, Keyless-Entry oder das Winter-Paket. Vier Motorisierungen sind erhältlich, diese reichen vom 1 Liter TSI mit 110 PS, dem 1,5 TSI mit 130 PS oder der 2 Liter Diesel-Variante mit 115 PS, wahlweise mit manueller Schaltung oder DSG. Beim Preis hat Volkswagen den Rechenstift gespitzt und ein attraktives Angebot geschaffen und wer sich für eine Finanzierung über die Bausche Bank entscheidet, kann zusätzlich sparen. Mehr Infos gibt es bei den Händlern.